Hallo, mein Name ist Sophia Rabe von Elektro Air Systems. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie das Laufrad Ihres Gerätes schnell und einfach wechseln können. Den Laufradwechsel Ihres Gerätes zeige ich Ihnen anhand unserem Radialventilatoren RD6 sowie unseres Niederdruckventilatoren D060. Bei den Gerätetypen HRD, AHP, SLP sowie SMP können diese Arbeitsschritte ebenfalls angewendet werden. Bei Spezialanfertigungen oder anderen Gerätetypen können die Arbeitsschritte abweichen. Sollten Sie ein abgedichtetes Gerät von Elektro haben, darf das Gehäuse keinesfalls demontiert werden, da sonst die Dichtheit des Gerätes nicht mehr gegeben ist. Bevor wir mit der Demontage des Gehäusedeckels bzw. des Ansaugringes und Schutzgitters beginnen, stellen Sie Ihr Gerät bitte auf die Lüfterhaube und sichern Sie es vor Herunterfallen oder Umkippen. Sobald Sie Ihr Gerät auf der Lüfterhaube abgestellt haben, können Sie mit der Demontage des Gehäusedeckels bzw. des Ansaugringes und Schutzgitters beginnen. Bevor das Laufrad entfernt werden kann, muss die Laufradsicherung durch Entfernen der Sicherungsschraube gelöst werden. Das sieht dann folgendermaßen aus. Nun können Sie Ihr Laufrad entfernen. Bitte wenden Sie hierbei keinerlei Gewalt an, sondern lösen Sie Ihr Laufrad sanft mit Hilfe einer Abziehvorrichtung von der Welle. Bitte vermeiden Sie Stöße gegen das Laufrad. Jetzt können wir das neue Laufrad einsetzen. Dafür bringen wir zuerst etwas Öl am Inneren der Laufradnarbe an, damit das Laufrad leichter auf die Welle gefügt werden kann. Jetzt können Sie das Laufrad einsetzen. Bitte achten Sie beim Anziehen der Schrauben auf die eingeblendeten Drehmomente. Abschließend können Sie den Gehäusedeckel bzw. den Ansaugring und das Schutzgitter wieder mit dem Ventilatorgehäuse verschrauben. Bitte achten Sie bei dem Gehäusedeckel auf die richtige Ausrichtung des Saugflansches. Und schon ist das Laufrad Ihres Gerätes gewechselt. Bitte prüfen Sie abschließend noch, dass das Laufrad nicht am Ventilatorgehäuse streift. Weitere Tutorials finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.